Hallo, nach den Fotos hier noch ein paar Videobilder vom Parkplatztreffen des Schokas Car Club bei Franky's Diner in Bochum Hallo, Lohren! Hallo, Lohren! Am Sonntag gab es viele Treffen, unter anderem das große USK Treffen in Dorsten. Ich habe mich aber für das kleine, aber feine Treffen des Schokas Car Club in Bochum entschieden. Ich mag den Club, die Leute und vor allem die Autos. Alles schönes altes Blech. Musik 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 Das war die Einfahrt der Gäste aus Holland. Unter den Fahrzeugen einige richtige Eyecatcher. Wie schon gesagt, ein kleines, aber feines Treffen. Die Baujahrsbeschränkung lag bei 1969. Deshalb nur altes Blech. Top! Pop! Musik Es war ein gelungener Tag hier in Bochum. Tolle Autos, tolle Leute und das Wetter spielte Gott sei Dank auch mit. Ich habe mich besonders gefreut, weil ich einige Leute getroffen habe, die ich monatelang nicht gesehen hatte. Und jetzt lasse ich euch mit den Bildern alleine viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das waren die Bilder aus Bochum. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.